Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe die letzten Wochen den Nagrani getestet und will euch heute so einen kleinen Ersteindruck darüber erzählen. Was ist mir aufgefallen beim Rauchen mit dem Nagrani und wie schlägt er sich im Vergleich zu dem Kalout, den ich ja bis jetzt meistens genutzt habe. Kommen wir erstmal zu ein paar Eckdaten von dem Nagrani. Der Nagrani kostet 35 Euro und ist aus einem Block Edelstahl gefräst. Ich habe zwar den Fertigungsprozess nicht gesehen, aber da sind keine Schrauben oder irgendwelche Verbindungsstücke. Das heißt, ich gehe davon aus, der muss aus einem Stück gefräst sein. Wir haben ein paar Unterschiede zu dem Kalout und da will ich auf jeden Fall noch weiter drauf eingehen. Aber der erste größte Unterschied, schon mal der Preis. Der Nagrani kostet 35 Euro. Man kriegt ihn auch hier und da bei einer Partnerseite von mir. Mose hat ihn manchmal, Eon hat ihn manchmal, wo ihr ab einem gewissen Wert mit Code SWG bestellen könnt, um was dazu zu bekommen. Es gibt ihn aber auch bei Bako Shisha mit SWG 10 und dann kriegt ihr den Nagrani für 31,50 Euro, was auf jeden Fall nochmal ein bisschen lecker ist. Kommen wir erstmal zur Verarbeitung von dem Nagrani. Der Nagrani ist auf jeden Fall wunderschön verarbeitet. Ich habe keine scharfen Kanten. Es ist alles wunderschön gefräst oder gebohrt oder was auch immer. Aber die Verarbeitung sieht auf jeden Fall 1A aus. Das ist wunderbar. Er fühlt sich sehr, sehr wertig in der Hand an. Dass das Edelstahl ist, merkt man sofort. Er hat deutlich mehr Gewicht als jetzt so ein Kalout im Vergleich. Was mir auf jeden Fall gut gefällt. Er macht einfach einen sehr hochwertigen ersten Eindruck. Wir haben ein paar Unterschiede zum Kalout. Und zwar der größte und einer der wichtigsten Unterschiede. Wir haben auf der Unterseite keine Noppen. Das führt beim Rauchverhalten noch zu ein paar Unterschieden. Aber erstmal auch bei der Optik. Der sieht unten komplett glatt aus. Was für die Reinigung auch sehr, sehr geil ist. Auf der Innenseite haben wir auch nicht wie bei dem Kalout diese Schlitze, auf denen dann die Kohle liegt. Sodass die Luft von unten schön dran zirkulieren kann. Der Nagrani ist innen fast flach. Wir haben da eine ganz leichte Rillung. Die ist aber wirklich sehr, sehr minimal. Da muss ich auch direkt dazu sagen. Mir ist in dem Nagrani, trotz dass da weniger Luft unten an die Kohle kommt, die Kohle nicht häufiger ausgegangen als beim Kalout. Ihr habt es vielleicht auf Insta. Übrigens schaut gerne mal bei Insta vorbei. SWG.HUKA auf Instagram. Mir ist trotzdem nicht häufiger die Kohle ausgegangen. Was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice ist. Das Design von dem Nagrani mit den außenliegenden Bohrungen für den Luftdurchlass ins Tabakdepot ist auch noch ein bisschen anders beim Kalout. Da habe ich aber ehrlich gesagt keine Unterschiede gemerkt. Ob jetzt die Bohrungen, wie sie beim Nagrani rundherum sind oder wie bei dem Kalout mit dem Schlitz oder mit den mehreren Schlitzen, habe ich ehrlich gesagt keinen Unterschied gemerkt. Das war exakt gleich beim Rauchverhalten. Dieses Design ohne Noppen und ohne die Schlitze innen drin für die Kohle hat auf jeden Fall einen riesen Vorteil bei der Reinigung. Der ist deutlich einfacher sauber zu machen. Beim Kalout kann man praktisch gar nicht alles abtrocknen, wenn man mit dem Saubermachen fertig ist, weil man gar nicht mit einem Zewa oder mit einem Küchenhandtuch in diese Rillen zwischen den Schlitzen kommt. Das geht praktisch gar nicht. Der Nagrani ist da deutlich einfacher abzutrocknen, weil der eben diese Schlitze gar nicht erst hat. Auf der Unterseite, wenn man die Smogbox mit einer Bürste sauber macht, geht der Nagrani auch deutlich einfacher sauber, was vor allem geil ist, wenn ihr nur einen HMD habt, aber gerne mal mehrere Köpfe hintereinander rauchen würdet. Da hat der Nagrani für mich auf jeden Fall einen Vorteil. Den Kalout muss ich oft eine ganze Nacht über ins Wasser einlegen, damit er wirklich wieder so ist, dass ich den wieder rauchen will. Den Nagrani habe ich eigentlich immer direkt beim Saubermachen wieder so sauber bekommen, dass ich noch einen Kopf rauchen würde. Ich habe ihn aber oft, wenn ich ihn gerade nicht direkt gebraucht habe, nochmal ins Wasser eingelegt. Am nächsten Tag nochmal drüber gegangen und dann sieht das Ding wirklich fast wie neu aus. Also ich finde, der Nagrani sieht über einen längeren Zeitraum, bedenkt, ich habe ihn erst seit zwei Wochen, also wie das in einem halben Jahr aussieht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber wie das in den ersten zwei Wochen so den Anschein erweckt hat, finde ich, sieht der Nagrani auch nach längerer Benutzung noch deutlich geiler aus, was vielleicht für manche Leute ein wichtiger Punkt ist. Was man auch noch zum Nagrani sagen muss, ist, dass er keinen Deckel hat. Der Kalout kommt ja mit einem Deckel. Ob euch das 20 Euro mehr wert ist, müsst ihr im Endeffekt selbst wissen. Ich persönlich rauche den Kalout ja sowieso immer ohne Deckel. Das heißt, für mich ist das gar kein wichtiger Punkt, dass bei dem Nagrani kein Deckel dabei ist. Falls ihr aber schon einen Kalout habt und den gerne mit Deckel raucht, müsstet ihr euch noch ein bisschen mehr umstellen, wenn ihr auf einen Nagrani switcht oder euch noch einen Nagrani dazu holt. Ich finde aber, im Endeffekt macht das keinen großen Unterschied, ob da jetzt ein Deckel dabei ist oder nicht. Bevor wir zum Kopfbau kommen, den man meiner Meinung nach für den Nagrani noch ein bisschen anpassen muss, zeige ich euch erstmal noch ein paar Köpfe und ob der Nagrani da drauf passt. Ich habe hier noch ein paar Köpfe, mit denen ich sehr, sehr gerne mit dem Kalout rauche. Wir haben einen Moon, einen Huacaya, einen Oblaco oder hier einen Oblaco Mono. Dann ein ATH Traverten L, den Lit Lip und den Lash Lip. Alle rauche ich sehr, sehr gerne mit Kalout und auch ausschließlich mit Kalout. Ihr wisst ja, ich persönlich bin großer Freund davon, mit Smokebox zu rauchen. Deswegen fragen mich da viele Leute danach und deswegen auch direkt jetzt noch der Ersteindruck und der kleine Vergleich zum Kalout vom Nagrani. Der Nagrani passt auf alle Köpfe, auf die auch ein Kalout passt. Das heißt, alle Köpfe, die normal für ein HMD ausgelegt sind, könnt ihr auch mit dem Nagrani rauchen. Der passt sowohl auf den Moon, der passt auf den Huacaya, der passt auf den Oblaco, auf den ATH passt der gut, auf den Lit Lip passt der sehr, sehr gut sogar. Das ist vielleicht sogar eine meiner Lieblingskombis. Und auch auf den Lash Lip passt der sehr, sehr gut. Und wie ihr auch auf meinem Köpfchen seht, den Stone Hooker Fastball, den ich gerade rauche, den rauche ich ja auch oft mit Kalout. Der funktioniert auch wunderbar mit dem Nagrani. Setup ist übrigens die Alpha Hooker Stratos obendrauf. Wie gesagt, Stone Hooker Fastball in Brown und der Nagrani obendrauf. Gerade gibt es ein Ründchen Bloody Punch mit einem halben Minzshot. Für mich einfach leckerer und ich mag die leichte Frische, weil da auch häufig noch Leute nachfragen. Ich habe euch nochmal mein Köpfchen abgefilmt, wie ich den gerade gebaut habe. Und da seht ihr schon, dass ich ihn sehr fluffig gelassen habe, aber doch deutlich über den Rand gebaut habe. Und in der Überleitung von diesem Kopfbau kommen wir jetzt auch zu dem größten Unterschied zwischen dem Kalout und dem Nagrani. Mit dem Kalout und seinen Noppen können wir ein Abstandsetup rauchen, ein Noppenkontaktsetup rauchen. Das heißt, die Fläche der Smokebox unten hat noch Abstand zum Tabak, aber die Noppen sitzen schon in dem Tabak. Und ein Vollkontakt rauchen, wo das Ding wirklich komplett auf dem Tabak sitzt. Beim Nagrani sieht das ein bisschen anders aus. Man kann den Nagrani für ein Abstandsetup rauchen. Solltet ihr zum Beispiel gerne in der Killer Bowl auf Abstand rauchen, dann wäre der Nagrani meiner Meinung nach kein Deutsch schlechter als der Kalout. Vielleicht im Gegenteil sogar besser. Wenn man aber einen Noppenkontakt rauchen will, was oft für Leute, die gerade mit Smokebox starten, der perfekte Kompromiss meiner Meinung nach zwischen ist noch angenehm zu rauchen, aber da kommt schon ordentlich was bei rum, ist. Und das geht mit dem Nagrani nicht. Das heißt, für Anfänger, wenn man auch noch nicht so sicher beim Kopfbau ist, würde ich sagen, wäre eher der Kalout was. Denn again, der Nagrani kostet nur 31,50 Euro statt 55 Euro wie der Kalout. Ich rede hier von OVP-Preisen. Man kann natürlich beides hier und da mal im Angebot finden. Und das macht es so ein bisschen schwierig, diese zwei Smokeboxen perfekt einzuordnen. Vom Preis her hätte ich gesagt, wäre es natürlich einfacher, wenn man mal bei Smokebox reinschnuppern möchte, den Nagrani zu kaufen, der aber ein bisschen feinfühliger im Kopfbau gehandhabt werden will. Mit dem Kalout kann man basically jedes Setup easy peasy rauchen. Und ich finde, der Kalout hat deutlich weniger Einschränkungen als der Nagrani. Wenn man aber den Kopfbau auf den Nagrani erstmal angepasst hat und das passt, dann steht der Nagrani dem Kalout in nichts nach. Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr erstaunlich. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Freund vom Kalout. Definitiv Go Team Kalout. Abgesehen von der Preispolitik vielleicht. 55 Euro für ein Stück Alu ist hart. Ich weiß, die haben es erfunden, die haben die Patente, alles gut. Und ich würde mir auch persönlich niemals irgendeinen China-Fake kaufen. Aber das ist nur meine Meinung. Deswegen war für mich immer ganz klar, wer eine gute Smokebox will, der muss leider in den sauren Apfel beißen und sich den Kalout holen. Wenn ihr jetzt sagt, Marv, ich kann Köpfe bauen, ich bin das schon erfahren und ich habe vielleicht sogar auch schon einen Kalout. Go von Nagrani. Supergeiles Ding, wenn ihr schon einen Kalout habt. Uneingeschränkte Empfehlung. Ist supergeil. Kann man mitarbeiten. Und wie gesagt, wenn ihr euch noch unsicher seid beim Kopfbau, vielleicht trotzdem den Nagrani, weil er halt günstiger ist und ihr einfacher mal in den Smokebox reinschnuppern könnt. Und er macht euch vieles leichter. Aber beim Kopfbau müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Wenn man es dann aber raus hat, läuft das wirklich top. Und ihr merkt schon, ich drehe mich da so ein bisschen im Kreis, weil das halt genau der Punkt mit dem Nagrani ist. Wenn das Setup stimmt, dann läuft das Ding wie Sau. Aber beim Kalout werden mehr Fehler verzeiht. Aber der ist teurer als der Nagrani. Das ist auch genau der Zwiespalt, in dem ich da bin und ich habe da auch keinen Weg rausgefunden. Das ist nun mal einfach so. Was euch da jetzt persönlich lieber ist, solltet ihr euch überhaupt für eine von den beiden Optionen interessieren. Das kann ich euch nicht sagen. Also abschließendes kleines Fazit zum Nagrani. Ich hätte nicht gedacht, dass wir eine Smokebox auf dem Markt kriegen, die mich begeistert, ohne gegen die Kalout-Patente zu verstoßen. Übrigens, die kann man sich auf der Website von denen angucken, falls ihr das mal machen möchtet. Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass wir noch eine Smokebox auf dem Markt finden, die mich begeistert, abgesehen vom Kalout. Ich habe es mir lange erhofft und mit dem Nagrani habe ich sie. Man muss ein bisschen aufpassen, aber dann ist er auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich finde es eine geile Alternative. Ich habe ihn sehr gerne geraucht die letzten zwei Wochen. Ihr habt es ja auf Insta und in den Streams, wie gesagt, gesehen. Es ist ein cooles Ding geworden. Meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Wenn ihr schon Erfahrungen mit dem Nagrani gemacht habt, lasst es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, wenn es euch helfen konnte, das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht es gut, eure Shisha-WG.